Das reizt einen so ein bisschen, ne? Ja, du denkst immer, du kannst alles ausprobieren, weil... Kannst ja wieder neu anfangen, oder? Ja. 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 Tja, so lange habe ich noch nie die ganze Menschheit befreit, muss ich gestehen. Guck mal, und draußen ist Minecraft. Hm. Es war, vielleicht, die einzige Sache wert zu wissen. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin. The feeling of liberation. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oh. Schön. Kann ich auch nicht. Ach, ich erwarte, dass irgendwas Schlimmes passiert noch. Achievement. Achievement. Okay. Das heißt, das war sozusagen the nice way. Ja. Aber auch sehr kurz. Ja, sehr kurz. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir schon im Spiel drin sind. Magst du jetzt schon mal so eine Art Zwischenfazit geben? War das so flashig für dich bisher oder eher so nett? Nee, ich wär jetzt schon echt neugierig, also ich würd jetzt weiterspielen und wär neugierig, was noch so alles passiert. Also was eben so richtig gegen den Strich gebürstet ist, was man nicht kennt, ist, dass, also du hast so ein bisschen dieses, du wirst ein bisschen mehr Permadez, ne, so wenn ich jetzt da, nee, dann fang ich wieder von vorne an, aber ich will eigentlich doch nur alles angucken und ausprobieren. Aber was ich eben wirklich erstaunlich finde, ist dieses Aufbrechen der vierten Wand quasi durch den Erzähler, der interessanterweise sogar in der Vergangenheit spricht, ne. Also der, er sagt, er tut so, als wäre die Geschichte schon passiert. Das ist ja eigentlich eher was, was man im Roman macht. Im Spiel tut man ja immer so, als ob man jetzt und hier alles entscheiden kann, damit du das Gefühl hast, jawohl, du bist jetzt in der Geschichte. Das heißt, du wirst quasi aus der Geschichte irgendwie ein bisschen rausgekickt und das wird als Stilmittel benutzt. Das funktioniert normalerweise ja nicht. Aber hier funktioniert das ganz großartig, finde ich, weil du sozusagen, als Spieler wirst du natürlich aufs Korn genommen und du merkst, ey, da ist eine Message, die habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, die unter anderem damit zu tun hat, dass er sagt, so Stanley hat sich gerade gedacht, das und das und was er nicht weiß, ist die Nummer lautet so und so. Aber wir hören es eben, ne. Das ist etwas, was eben sehr untypisch ist, weil man immer, also dramaturgisch gesehen, immer versucht, dem Spieler nur, also erstmal in der Gegenwart zu lassen, ne. Sehr schön. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass es sowas Historisches hat, als wäre das alles schon mal passiert und ich spiele es nach, während man normalerweise ja versucht, ne. Also der Spieler muss alles selber rausfinden, wie es funktioniert und deswegen probierst du ja immer alles aus, ne. Und wenn du hier irgendwas ausprobierst, kriegst du sofort ein Feedback. Aber da hast du das Stichwort genannt, Feedback, ich glaube, das ist so, die meisten Spiele, also genreweit im Prinzip, da gibt es halt so ein klassisches Feedback. Meistens sind es also ganz stumpf, tot, leben, irgendwelche Achievements, die aufpoppen oder sonstiges als Feedback. Vielleicht vibriert mal irgendwas, das sind so klassische Feedbacks eigentlich, ne. Die wichtig sind, die Interaktivität, also das ist ja der Rückkanal sozusagen eines Spiels zu einem Spieler selbst. Ich finde, Stand in Parable macht das erstaunlich anders, weil er, wie gesagt, die eigene Geschichte erzählt. Ja, aber dadurch, dass er sie in der Vergangenheit erzählt, hast du das Gefühl, er erzählt sie quasi über dich hinweg, ja. Also er wählt die linke Tür und du hast sie noch gar nicht gewählt. Und dann denkst du irgendwie so, mhm, na klar, bist du dann irgendwie, hast du auch Bock dann die rechte Tür zu nehmen, ne. Wahrscheinlich passiert dann ja auch irgendwas, ne. Und er wird es dann wahrscheinlich kommentieren, aber so als wäre das alles schon passiert. Das reißt einen normalerweise aus dem Spielgeschehen raus. Also wenn du wirklich jetzt so ein Actionspiel hättest oder sowas. Und damit hast du natürlich sofort so eine künstlerische Ebene etabliert. Das Spiel will dir auf eine bestimmte Art und Weise etwas anderes sagen. Und ich würde jetzt mal mutmaßen, es geht natürlich um sowas wie, so im weitesten Sinne, Sinn des Lebens, ne. Hier ging es um Mind Control. Also sprich, das, also man sagt ja immer so dieses zum Nachdenken angeregt, das ist natürlich irgendwie Blödsinn. Sondern es wird ja im Grunde genommen, indem der Spieler sich selber irgendwie wundert, Moment mal, was passiert denn hier jetzt gerade mit mir? Passiert das automatisch, dass du das, was an Message da rüberkommt, in irgendeiner Form in Frage stellst, ne. Ohne dass das, es ist ja, es ist durchaus philosophisch die Message, aber sie ist eben dadurch, auch der Sprecher, der hat ja genau diese Stimme, wo du dann weißt, er nimmt dich auch so ein bisschen aufs Korn, hat so ein bisschen was von einem englischen Humor auch. Und reflektiert sozusagen die Ebene dieses, es ist ja nur ein Spielebene. Mhm. Das finde ich sehr cool. Das ist ja auch das, was mir so an Portal irgendwie gefallen hat. Da kommt das im Ansatz ja auch schon vor, ne. Ich finde es so wahnsinnig, weil das, was ich erspielt habe in meinem ersten Run, erstmal, also meine, das ist genau das, was vorher da war, was ich gemacht habe am Anfang und das mache ich tatsächlich in jedem Spiel, ich probiere das Environment aus. Das heißt, ich habe wirklich jede Tür versucht aufzumachen, bis der Erzähler mir gesagt hat, dass ich total penetrant versuche, alle Türen aufzumachen. Und dann habe ich ein Achievement bekommen dafür. Also das ist, das ist sehr interessant, weil, weil das Spiel tatsächlich die Eingabe, also die unmittelbare Eingabe, naja, registriert und dann in Erzählform entsprechend als Feedback wieder zurückgibt. Das fand ich sehr interessant. Und ich muss sagen, das Ende, was wir gerade eben gesehen haben, war schon nett. Also auch gerade, dass plötzlich eine weibliche Erzählerstimme da war, die kannte ich nicht. Wusste ich nicht, dass sie existiert. Und dass es sozusagen nochmal eine Ebene drüber gibt, sozusagen. Und dass plötzlich von zwei Personen die Rede ist. Von dem Erzähler und von dem Spieler, also in dem Sinne von dir. Das fand ich interessant. Aber das, was ich gespielt habe, das hat mich so vollkommen wegkatapultiert in eine ganz andere Richtung. Deswegen, wenn du Lust und Zeit hast, ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Hast du Bock, nochmal eine Runde zu machen? Ja, klar. Und dann mal gucken. Also du kannst jetzt mal... Ich würde jetzt mal die rechte Tür ausprobieren. Würde ich auch tun. Das war nicht der richtige Weg in die Gespräche. Und Stanley wusste es perfekt. Vielleicht wollte er erst bei der Arbeitstelle zu stoppen. Nur um ihn zu erinnern. Das ist so. Da ist meistens irgendwas drin. Das habe ich nur gelesen, noch nicht ausprobiert. Es gibt ja einen GTA 4 Hack. Da wurde Watch Dogs in GTA 4 modifiziert. Und da kannst du aber die Automaten hacken, endlich. Das geht bei Watch Dogs nicht. Was daran cool ist, ist, du kannst dich nicht mehr wie sonst immer darauf verlassen, dass du einfach mal alles ausprobieren kannst. Also selbst wenn du stirbst, dann respawnst du halt irgendwie so. Sondern es sind tatsächlich unterschiedliche Wege. Das ist ja das, was immer alle sagen. Mensch, wenn du dich entscheidest, einen bestimmten Weg zu gehen, dann ist es cool, wenn du die anderen nicht mehr gehen kannst. Aber das ist eben... Also schon ein bisschen immer noch eine Illusion. Also natürlich kann man das machen. Natürlich ist es möglich sozusagen, entweder du gehst rechts oder links. Und wenn du links gehst, kannst du nicht mehr rechts gehen. Ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, du musst diesen Content eben auch herstellen. Und wenn es genug Spieler spielen oder so. Aber ich meine, das scheint ja hier die Strategie zu sein. Und das verändert, glaube ich, sofort das Spielverhalten. Absolut, ja. Ich hatte auch total Bock gehabt, einfach mal zu checken, welche Wege gibt es eigentlich. Aber das... Okay. Geht's auch nach rechts? Guck mal gerade. Nein, das ist nichts. Nein. Oh nein! Nein, es ist auf der rechtse Menge. Pfff. No, nein, nein, nein. Nicht auf der rechtse Menge. Warum habe ich seitdem, dass es auf der rechtse Menge gab? Was ich dachte? Es ist sicherlich... Oh dear, would du halt auf eine Minute, bitte? Okay, jetzt haben wir ja quasi sozusagen einen Mann, der sitzt da mit seinem Drehbuch und guckt, was er mit uns anstellt, also Gott. Der Erzähler ist ja sowieso immer. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört, dass man ein Spiel sagt, das ist ein Spoiler, hier dürftest du noch gar nicht sein. Und diese Zeit, ich glaube, wir wollen uns nicht so weit weg, hm? Okay, von der Top. Großartig. Und er hat gesagt, versuch nächstes Mal bitte nicht so weit vom Weg abzugehen. Als Tipp. Was wolltest du sagen? Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, also ich... Wait, wait, what? No, no, I restarted, I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or... Hold on, why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. Fairly. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Let's find the story. Großartig. Ja, es ist großartig. Du hast plötzlich das Gefühl, dass das Spiel tatsächlich mit dir kommuniziert. Auf einer Meta-Ebene irgendwie. Ich hätte jetzt gern mal ne Minimap. Hm, I'll say it. Give it a shot, why not? All of his coworkers were gone. What could it mean? Ich vermute... Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das es funktioniert, dass egal was du jetzt zuerst oder zuletzt machst, dass es sich irgendwann so entwickelt. Weil irgendwann gehst du diesen Weg und es ist eigentlich relativ simpel. Ist es? Ist es? Ich finde es total komplex. Nein, ich meine es ist eigentlich relativ simpel, die Idee zu sagen, ich fange immer an einer bestimmten Stelle wieder neu an und dann kann ich ja alles sozusagen neu stricken. Wenn du weißt, was der Trigger vorher war, ich habe das Spiel neu gestartet und jetzt mache ich alle Türen auf oder sowas. Aber es ist natürlich extrem komplex vom Storytelling, dass es auch wirklich funktioniert. Und bisher hat es ziemlich gut funktioniert, wa? Mhm. Okay, yep, it's worse. I am remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ich kann mir vorstellen, dass sich ein Autor von einem Spiel manchmal... Aha, I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Dass sich ein Autor durchaus schon mal so fühlt. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ein Autor? Was? Ein Autor? Ein Autor, ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist voll Matrix echt. Ich bin ehrlich gesagt, ich kenne dieses Platz überhaupt nicht. Ist das die Geschichte? Ich glaube nicht so. Ich kann mich nicht ganz erinnern, aber ich glaube, dass meine Geschichte in einem Office-Bilding Ist das korrekt? Hm. Erinnerst du, Stanley? Was? Weißt du was? 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 Das war mir irgendwie klar. Okay. Okay. Hahaha. Was mich allerdings jetzt auch interessieren würde, ist was passiert, wenn ich es nicht mache? Ja. Ach guck mal, die hat schon zugemacht, damit ich da gar nicht runtergehen kann. Hahaha. Hahaha. Sehr kreativ. Großart. Hahaha. Es funktioniert, ne? Was genau? Die Stimmung ist besser geworden durch die Musik. Ach so, ja, das funktioniert, in der Tat. Guck mal, was man hier mit einmal alles zu sehen bekommt. Das hat ja doch alles gerade neu generiert, oder? Hahaha. Hahaha. Ach so. Dann sollst du dir die Blume angucken. Hahaha. Das ist halt schlecht. Ich hab gedacht, er meint die Textur hier unten, die nicht so ganz sauber ist. Wie sch가락end? Ach so, Field. Hä? Wenn das überhaupt nicht gehört, Monitor ist, ganz sicher, hingerie unten auch der Stendlie Huys? Hast du eine Idee, wie lange die Spielzeit ist? Nee, also wie gesagt, insgesamt mit allen Enden etc. weiß ich es nicht. Also ich habe es dreimal gespielt und das wiederum kannte ich, also gut, das habe ich aus Erzählungen mitbekommen, diesen Zweig, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man tatsächlich damit verbringen kann. Ich glaube, so pro Runde, die erste Runde, die wir gespielt haben, war ja sehr kurz im Prinzip, meine hatte z.B. ca. 30 Minuten gedauert, glaube ich. Also ich glaube, das pendelt sich auch immer so eine halbe Stunde ein, ungefähr, wenn man so möchte, 20-30 Minuten, ja. Also durchaus kann ja sein, dass wir jetzt gerade in so einem Loop gefangen sind. Aber lustig, dass du darüber nachdenkst. Ich meine letztendlich, mal gucken, was passiert. Weil bisher hat sich ja immer tatsächlich was geändert. Es ist wirklich ein bisschen spooky auch, ne? Ja, wenn man es überhaupt nicht gewöhnt ist, ist es... Ja, das ist spannend. Nur ich und Stanley forgen einen neuen Weg, eine neue Geschichte. Well, es könnte alles sein. Was willst du, unsere Geschichte zu sein? Geh wild, benutze deine Imagination. Was auch immer es sein kann, Stanley, ich bin bereit für das. Was ich sehr cool finde, ist, es ist ja eigentlich kein Spiel in dem Sinne, aber es versteht total, was ein Spiel macht. Und bricht natürlich damit. Und das ist etwas, was, es wird langsamer Zeit, ne? Dass wir anfangen, mit den Regeln zu brechen, um neue, von mir aus, Erzählformen im Spiel zu finden. Und das ist tatsächlich ein hervorragender Bruch. Also alles sozusagen, also du musst wissen, wie es funktioniert und du musst verstehen, wie Gamer ticken, um das so erzählen zu können. Sonst funktioniert es ja nicht, ne? Aber deswegen fand ich es ja so spannend, dich das spielen zu lassen, weil eben du ganz viel Grundwissen hast, was Narration angeht. Eben auch bei den unterschiedlichen Medienformen, wenn du so möchtest. Und ich finde es auch echt, mich flasht es jedes Mal sozusagen, unterschiedliche Aktionen zu sehen und wie gut der Erzähler tatsächlich auch funktioniert. Und wie sehr man, naja, tatsächlich auch Feedback bekommt. Weil gefühlt ist jede Aktion, wird bewertet und wird unmittelbar umgesetzt sozusagen in die eigene Geschichte, die man dann ja, das ist ja gerade Thema. Du schreibst ja mit ihm die neue Geschichte. Im Prinzip, genau. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt so ein Konzept, so einen eigentlich quasi komplett Regelverstoß, mit dem der ja spielt und das verändert sofort deine Art und Weise, dich zu verhalten. Und du hättest jetzt irgendwelche Entscheidungen zu treffen im Spiel, die du normalerweise sagst, ja, ist das ein Spiel und was weiß ich, da laufen Orks rum und dann mach ich den natürlich platt. Und müsstest jetzt plötzlich damit rechnen, dass du das kommentiert bekommst in irgendeiner Art und Weise, was du da tust. Ich meine, hier läufst du nur rum, aber eine Stufe weiter triffst du mit Gegnern oder Gefährten oder sonst was zusammen. Und da ist dann plötzlich jemand, der wirklich wie so ein auktorialer Erzähler hat ja sowas von Gott, weil der weiß ja überall was passiert und der kann deine Türen öffnen und zumachen. Und das hält dem Spieler sofort diesen Spiegel vor, das Game kann mit dir machen, was es will, letzten Endes. Und im Subtext steckt da natürlich auch drin, es ist eine Form von Manipulation, die hier mit dir passiert. Das, was jeder Spieler natürlich sowieso weiß, ist gar keine Frage. Du wirst ja so oder so auf Schienen geführt und klar, du spielst ein System. Ich finde es nur lustig, dass der Ausbruch des Systems Teil, also das Konzept hinter The Stanley Parable, dass man genau dieses System hinterfragt. Wie gesagt, deine Aktionen werden unmittelbar Teil der eigenen Geschichte. Das habe ich in der Form ehrlich gesagt noch nie erlebt. In der Form nicht, nein. Naja, das ist ja wirklich wie im Vorschlag kam, mal direkt rein. So ist es ja. Ja, am Anfang denkst du noch, es ist ein bisschen Brasil, dieser Film aus den 80er Jahren. Da geht es ja, das ist so, auch sehr dystopisch im Grunde genommen. Muss ich mal angucken, der wird dir total gefallen. Im Grunde genommen ist es so, dieses Kafka ist, da sitzt einer im Büro und macht jeden Tag dasselbe und ist mal total alleine. Und ist ein Rädchen im Getriebe von einer Million, die alle dasselbe tun und funktionieren. Und dann passiert halt irgendwas, also der sitzt an der Schreibmaschine und eine Fliege fliegt irgendwie auf sein Formular oder was weiß ich, ein Bug. Und dadurch verändert sich der Name und jemand anderes wird dann verhaftet, als der, der verhaftet werden sollte. Und dadurch verändert sich die Geschichte total. Und es ist total Kafka-isk. Und das hat es hier eben auch. Es ist so, dieses, eigentlich kannst du gar nicht wirklich entscheiden, was du tust. Und jede kleine Entscheidung, die du triffst, da kommt dann einer, der führt dich wieder auf irgendeinen Weg zurück. Diese Adventure-Line hier. Das ist super lustig. Man kann es ja gar nicht an der Wand lang gehen. Nein. Sollen wir nochmal ganz kurz weiterlaufen? Und dann können wir aber gleich auch schon so ein bisschen zum Fazit kommen. Also ich glaube fast, bei dieser Storyline sind wir bald durch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch viel länger geht. Also hier an dieser Stelle, finde ich, bei dieser Storyline hat man das Gefühl, dass der Autor, sprich die Game Designer, wirklich Spaß hatten. Ja. Okay. Also das heißt, ihr fühlt... Also zwei Männer, zwei Jungs, die das gebaut haben. Das ist so, ne? Da kommt man natürlich nicht rein. Das ist klar, braucht gar nicht auszuprobieren, das weiß ich. Und damit ist die Storyline futsch. Das ist natürlich auch eine Aussage, ne? Ja. Und da passiert jetzt bestimmt gleich was. Vielleicht ist es auch wirklich nur ein Loop. Ah, eine Wahl. Wir müssen eine Entscheidung machen. Von hier ist die Story in unserem Kontroll. Wie wichtig, dass wir die Möglichkeit nicht aufschwanderen müssen. In fact, ich glaube, ich brauche eine Minute, um hier zu denken. Nur in Zirkeln für eine Minute. So I know that each door has to lead somewhere. Which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with that counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory from logic. Come Stanley, our destiny awaits. The confusion ending. Und jetzt hat er tatsächlich... The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now according to the schedule, I restart again. Then what, am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank, simply because it's written here on this, this thing. Find the book store, get bought a lead. Well, who consulted me? It's yeah, when you think, that's it's all gar nicht schwierig, also rein von der Technologie ist das ja, das alles auszulesen, das ist ja überhaupt kein Ding, aber es in eine Story zu packen. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be charged like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, um, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. Es ist so ein bisschen so, warum macht der Spieler nicht das, was ich von ihm will, ne? So ein bisschen auch die Verzweiflung eines Autoren, wenn man nicht so genau weiß, wie es weitergehen soll. Das ist alles so schlecht. Oh, jetzt ist die Frage, ja. Kein Text, nur Musik. Okay, mal gucken, ob es sich noch mal was erinnert hat. Ansonsten. Vielleicht hat er tatsächlich jetzt wirklich neu gestartet. Können wir noch bis zu diesem einen Raum gehen? Und gucken. Und wenn, dann machen wir an der Stelle Schluss und spielen einfach weiter. Danach, wenn die Kameras aussehen. Man ist echt, man wird misstrauisch, ne? Ja. Das sieht nach einem echten Restart aus, ja. Gut, dann machen wir jetzt an der Stelle einfach mal Schluss, weil wir schon eine Stunde in Stanley Parable drin sitzen. Ja, tatsächlich. Das ist schon verrückt. Man merkt das gar nicht, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja zwischendurch immer wieder geschnackt darüber. Aber ich finde es interessant, weil du hast auch gesagt, du hast etwas in dieser Form eigentlich noch nie selber gespielt, geschweige denn irgendwie erlebt, aus Sicht einer Narration oder eines Stils. Also nicht in dieser Konsequenz, ne? Also es gibt ja immer mal wieder so. Aber dass man wirklich so konsequent quasi mit den Regeln bricht, um das als neue Stilmittel anzuwenden, ne? Das ist, ja, das ist schon durchaus neu. Vor allen Dingen, also was ich gleich am Anfang so dachte, okay, er erzählt mir jetzt sozusagen, was ich bereits getan habe, das ist schon mal ein bisschen schräg, ne? In dem Moment wirst du schon aufmerksam und denkst so, da will jemand was anderes mit dir, als was ein Spiel normalerweise will, ne? Und normalerweise will der, wenn man immer, dass der Spieler sich, ne, diese ganze Geschichte mit der Immersion, ich will das Gefühl haben, jetzt und hier zu sein und nicht das Gefühl zu haben, dass die Geschichte schon erzählt wurde, ne? Und inzwischen habe ich natürlich verstanden, egal was ich tue letzten Endes, ne? Wenn der Autor was anderes mit mir will, dann wird er das tun. Was er im Prinzip immer kann, aber was wir dem Spieler ja immer verheimlichen wollen, letzten Endes, ne? Hier wird es, wie gesagt, mit dem Vorschlaghammer direkt präsentiert und aber trotzdem, bei mir war das Gefühl, umso stärker war ich da drin, also von wegen, die Immersion ist hier bei The Standard Parable so unglaublich tief, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, es ist sehr immersiv, also das heißt, mich hat das komplett reingezogen gehabt. Aber anders als bei anderen Spielen, eine andere Form der Immersion und das ist im Grunde genommen, wenn man sich anschaut, wie lange gibt es den Film, ja? über 100 Jahre und andere Erzählformen und alles ist möglich. Das heißt ja immer, es gibt so Regelwerke, ne? Für ein gutes Storytelling oder sowas. Natürlich gibt es Regelwerke, aber du musst auch mit allen Regeln rechen. Du musst zwar wissen, was es für Konsequenzen hat, wenn du irgendwas tust und in diesem Fall muss man sich eben darüber klar sein, wenn du einen autorialen Erzähler hast, der sich ganz schnell outet als jemand, der mit dir theoretisch machen kann, was er will, aber natürlich dadurch auch so typische Autorenprobleme hat, jetzt weiß ich ja auch gerade nicht mehr weiter und jetzt starte ich mal eben neu, dass man sich auf eine andere Ebene der Immersion bewegt und dass es sich sofort anders spielt, als wenn es jetzt tatsächlich ein Actionspiel wäre oder was auch immer. Du hast sofort eine ganz andere erzählerische Dimension, die, ja, also, wo man einfach nur den Beweis sehen kann, ist, du kannst alle Regeln ändern und brechen, das heißt, es gibt nichts, was du nicht machen darfst, das ist im Designbereich ja sowieso so, es gibt ja keine falsche Farbe oder sowas, und genauso gibt es keine falsche Erzählform, du musst einfach nur wissen, welche Konsequenz das hat, letzten Endes, und dann konsequent es umsetzen, und das ist extrem konsequent umgesetzt. Ich muss mal kurz blättern, was habe ich denn hier geschrieben? Du siehst den ja regelrecht vor dir. Super. Und das ist auch etwas, was wir gar nicht kennen, dass der Autor eines Spiels so massiv sozusagen mit uns kommuniziert, der Stritt ist ja immer im Hintergrund eigentlich. Ich fand es da hingegen clever, weil mich hat es halt so weit gebracht, dass ich irgendwann an einem Punkt, ich habe halt, meine Spielweise war, ich habe alles gemacht, was er nicht von mir wollte. Ich habe den weitesten Weg genommen von dem Erzähler weg, ich wollte nicht geführt werden. Der hat mich dann in Sphären geschoben, das war für mich total beeindruckend, mit einem Fazit, dass mich auch tatsächlich, mich persönlich jetzt mit meiner Spielweise, weil ich habe diese Spielweise tatsächlich, die habe ich bei jedem Spiel, also ich probiere erstmal alles aus und versuche immer sozusagen die Wände zu durchbrechen und zu gucken, wie weit oder wie starr ist in das System. Das ging dann so weit, dass er mich so misstrauisch zurückgelassen hat, dass ich echt gedacht habe, okay, das Menü, ich wette, der merkt sich auch, was ich im Menü mache und ich habe gedacht, ich ausmarte das System, aber nee. Ich habe dann wirklich, ich war relativ weit und habe an einem Punkt gedacht, jetzt, der wird das auch noch mitbekommen, wenn ich dann tatsächlich jetzt von selbst das Spiel neu starte. Und danach habe ich mich sehr dumm gefühlt, auf der anderen Seite aber auch irgendwie glücklich. Das war, ich habe selber versucht, herauszukitzeln, wie tief geht das jetzt? Und es gibt unglaublich viele nette Easter Eggs in diesem Spiel. Also ich kann wirklich auch nur allen Leuten empfehlen, das Stanley Parable auszuvibrieren, weil es gibt immer wieder neue Ansätze und man lernt dann so ein bisschen auch, finde ich, was Neues, was Narration angeht. Das ging mir auf jeden Fall so. Also es ist so ein bisschen das, was viele Spiele eben noch nicht gut können, nämlich dieses, ja, der Spieler ist der Co-Autor der Geschichte und du merkst trotzdem letzten Endes, gehst du diesen Schlauch, den das Game Design für dich vorgesehen hat. Die einen machen es besser, die anderen dann wieder dieses, ja, man muss auch unterschiedliche Entscheidungen treffen können, aber dann siehst du halt einen Teil des Spiels nicht, wenn du dann das nicht, und deswegen hast du halt immer solche Schleifen drin oder häufig. Du hast wie eine Entscheidung getroffen, aber die andere darfst du dann trotzdem nochmal irgendwann treffen, vielleicht nicht sofort, vielleicht erst später oder so, oder es hat nur Auswirkungen auf deinen Ruf und den kann man notfalls auch wieder reparieren. Genau, und andere NPCs etc. reagieren anders auf dich, das heißt, die Attribute verändern sich, je nachdem welchen Weg du gehst, aber eigentlich bleibt es linear. Da gibt es auch diese verschiedenen Formen irgendwie, lineare Erzählstruktur, dann, ich habe diese ganzen Fachwörter vergessen jetzt, da gab es, es gibt aber so drei, vier Schemes für für interaktive Generation, oder? Also ich glaube, das, was man irgendwie mal so ein bisschen äquivalent behandelt, ist nonlinear und interaktiv. Also auch Half-Life ist eine totale Schlaucherzählung, aber es ist total interaktiv. Du hast das Gefühl, du kannst dich frei bewegen, auch wenn das eigentlich gar nicht stimmt. Also wenn es genau genommen wirklich nicht stimmt, weil da steht ja immer irgendwie ein Posten vor der Tür, die Tür geht nicht auf, egal welche Knarre du dabei hast und so weiter. Also es geht nicht unbedingt immer nur um dieses nonlineare, dass du zurückspringen kannst und dass die Geschichte anders erzählt wird, sondern es geht in erster Linie darum, dass du das Gefühl hast, es ist deine Geschichte, die erzählt wird, obwohl du natürlich genau weißt, dass das nicht der Fall ist. Die ist schon längst vorgegeben. Und das ist, glaube ich, das, was hier aufgenommen wird, so ein bisschen dieses, dass du deine Geschichte tatsächlich ein bisschen selber schreibst und das einfach noch mit der Ironie dabei, dass der Autor sozusagen dabei sitzt und sagt, du, ich habe das jetzt hier für dich gar nicht vorgesehen oder ich habe das für dich vorgesehen. So dieses erste Gefühl, was man hat, wenn man im Portal plötzlich diesen geheimen Raum entdeckt und dann sagst du, huch. Damit habe ich nicht gerechnet, überhaupt nicht. Genau, das ist ja gar nicht vorgesehen und du hörst die Stimme und du sollst ja gar nicht sein, darfst ja gar nicht sein. Natürlich, wenn es im Spiel da ist, dann darf man da auch sein. Und das machen Gamer ja im Prinzip so, dass sie alles Mögliche ausprobieren, einfach gucken, geht es oder geht es nicht und was passiert und sich vielleicht auch freuen, wenn sie nur einen Bug entdecken. Aber wir wissen schon, dass es eine künstliche Umgebung ist. Aber dennoch macht es ja was mit uns. Also dennoch ist es ja eine Form von Realität, die wir wahrnehmen, weil wir uns in dem Moment in dieser befinden. Und diese Realität, wie findest du die? Oder die verschiedenen Realitäten, die wir jetzt gesehen haben? Das waren ja unterschiedliche. Die Location ist im Prinzip völlig wurscht. Ich meine, man wählt ja immer gerne sowas wie Türen, Gänge, Bürogebäude, alles sieht gleich aus, um so ein Gefühl von Paranoia herzustellen. Eigentlich will man da nicht sein, man fühlt sich da nicht wohl, das ist keine schöne Umgebung oder sowas. Aber du könntest es theoretisch auch in anderen Umgebungen machen. Hier geht es einfach auch nicht darum, dass du ein Spielziel erreichst oder sowas. Auch das mit dem Achievement entlockt, das ist ja so herrlich. Hier gibt es ja nichts in dem Sinne. Sondern hier geht es wirklich nur darum, die Erfahrung zu machen, mit einer Autorenfigur plötzlich in Kontakt zu treten. Und in diesem Fall ist das ja wirklich so eine Art, also erzählerisch gesehen, so eine Art Götterfigur, die theoretisch alles mit dir machen könnte. Und es ist dir einfach bewusst, selbst wenn du genau das machst, was er sagt, heißt es noch lange nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich fand es super. Also ich mag es sehr gerne. Ich wollte nur einmal kurz hier Achievement Disabled. Ich mache es mal an. Und ich habe ein Achievement bekommen. Ich fand es sehr, sehr lustig. Das ist sehr cool, ja. Es ist extrem kreativ und sehr mutig, einfach zu sagen, wir machen das einfach mal anders und das ist das, was Kunst braucht. Dinge einfach anders zu machen als bisher und sich darüber sehr bewusst zu sein, was man da eigentlich tut. und man merkt einfach, das sind Gamer, die das gemacht haben. Das merkst du sofort. Ja, das finde ich auch. Die wissen auch, wie man interaktiv erzählt. Das ist keine aufgedrückte Erzählung, wie man das eben auch manchmal hat. Sondern eine aus sich selbst neu generierende, mit in diesem Fall sehr vielen unterschiedlichen Abzweigungen. Ich glaube, wir müssen aufhören zu schnacken, aber ich glaube, ich würde sehr gerne weiter schnacken, machen wir einfach gleich weiter. Wenn ihr Bock habt, auf mehr davon, ganz viel reinschreiben, schickt das anderen Leuten, die Lust haben, über Erzählstrukturen mehr zu erfahren etc. Beziehungsweise ladet euch einfach das Spiel runter. Das kostet, glaube ich, inzwischen 10 Euro oder sowas in der Art. Auf Steam. Ich glaube, das wird nicht teurer sein. Selbst wenn es 14 oder 15 kostet. Es ist definitiv jeden Euro wert. Und diese Leute müssen unterstützt werden. The Standing Parable ist tatsächlich so andersartig, dass man das sofort merkt, wenn man spielt. Sofort. Kann ich nur unterschreiben. Es macht etwas mit einem, was man sonst eigentlich nicht im Spiel gewöhnt ist. Und das alleine ist es schon wert. Alles klar. So, Linda, vielen Dank. Wir schneiden gleich weiter. Almost Daily. Wir sagen Tschüss. Bis dann. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Wiedersehen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.